Der bekannte Sylter-Maler Peter Klint zeigt momentan in seiner aktuellen Ausstellung eine Vielzahl seiner meist kleinformatigen Bilder. In der Ausstellung Klint, ein Sylter-Maler, die bis zum 15.07. in der Stadtgalerie Westerland zu sehen ist, sind unterschiedlichste Arbeiten unter der Überschrift figurative Malerei zu sehen. Da gibt es autobiografische Sachen, da gibt es Sachen, die von Literatur und Musik beeinflusst sind. Das ist eine ziemlich bunte Mischung, wie auch die Farben in den Bildern. Nach Stationen in Kiel und Hamburg lebt der Künstler nun seit einigen Jahren wieder auf Sylt und hat seine künstlerische und familiäre Heimat gefunden. Klint malt mit Acrylfarbe und lässt sich vom Lebensraum Sylt in vielfältiger Weise inspirieren. Die Stadtgalerie hat montags, dienstags, donnerstags und freitags von 12 bis 17, mittwochs von 10 bis 17 und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Peter Klint betreut seine Ausstellung selber und ist vor Ort. Da gibt es sehr wichtig, das ist sehr wichtig. Jetzt kommt die Ausstellung von 13 bis 18, mittwoch von 15 Guns und Muskeln undaco des Mehmetglieds. Abschrift